I can't take it back, no I've got so much left to say about it Moin moin Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Rocket League Heute sind wieder die Jungs von Bleasher TV dabei Hallo So und wir spielen heute nochmal den... LOL Hä, wie? Ihr Kerb ist deaktiviert Seid ihr schon ingame oder so? Ja, ne 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 Ach so, aber können wir nicht spielen, weil wir zu dritt sind, Jungs Oh shit Ja, dann müssen wir Liga spielen, Jungs, dann geht's nicht anders Okay Dann spielen wir jetzt Liga Ich denk so, hä, warum ist das aus? Ach ja, wir sind ja drei Ja Boah, und heute schon Vlog aufgenommen, ey Zwei Stunden durchs Ruhrgebiet gefahren, 30 Kilometer Boah Alles klar Heute um 10 Uhr morgens Ne, halb 10 Ich will ja nicht lügen Ne, ähm, halb 11 Da war ich noch am Schlafen Halb 11 Ja, mein Kollege ruft mich auf einmal so an Ich denk so Hä, er ruft mich an Was? Schon 10 Uhr? Scheiße Ich war gestern bis 3 Uhr auf, also Klaue mir den Boost Ach so, wir sind blau Ach so, wir sind blau Ja Ich steck grad so, er klaut mit den Boost, ne Was? Ach, wir sind blau, dann darf er mir den Boost her klauen Den hab ich Oh, der kommt Ähm Ich hab mich nicht verschätzt, maybe Oh, der kommt gut Nein Oh, der Westgewicht Oh Was ist passiert, Jungs? Das kann nicht sein Oh, oh Oh mein Gott Der kommt bitte Ja Der kam echt gut bitte So, jetzt kommt der Oh, oh Oh Gott Nein Sauber Nochmal sauber Oh, oh Oh shit Jungs, Mitte Kommt Oh Ah, schade Sorry Oh, der kommt Mann Oh Oh Knapp Oh Gott Scheiße Leck Schön Oh, ich hab ihn noch abgefälscht, ey Hey, die Witz Oh Oh Oh, der kommt Oh Nein Ich wollte nur noch anstupsen, damit das Safe reingehre Habe ich, warte Oh, fuck Egal Hab ich, hab ich Lalalalala Nein 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 Och Das kann nicht sein Lalalalala Was ist das denn für eine Scheiße, ey Immer diese Luck-Shots, ey Oh, fuck Er hat einfach das Batman-DLC, Mann Ist der dumm, ey Er ist der dumm Verschätzt sich, komm, bitte Oh, fuck, viel zu schnell Achtung, Achtung, Achtung Oh, oh, oh Ich hab ihn Nicht Doch Was, was tust du Was tust du, Junge Was machst du Ich willst du mich verarschen Junge Wir versauen uns hier selbst, wenn wir schon 3-0 stehen können Und wir retten Wir retten die ganze Zeit, ey Das kann nie sein Oh mein Gott Ja Halleluja Alter, ich hätte schon 3-0 stehen können Der Typ hat auch keinen gehalten Wir haben ihn immer selber gehalten Was ist das? Scheiße Der Typ'n Tor ist schlecht, ey Richtig schlecht Loll Das war ein 3-60 Achtung, der kommt Stark Hab ich Nicht Oh Nein Komm, 300 Dingen da Nein, scheiße, es ist zu spät stark er kommt da war der lupfer jawohl mann ja wollte gerade zum klären auf mein gott was ein tor nein so eine minute noch Nein! Oh Gott. Nein! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh! 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 Nein! Crashen! Oh, what the fuck? Das ist nur noch ein paar Sekunden, ja! Ja, nice! Ach! Ich komme! Alter! Jawollmann! Das war ich voll weggerammt, glaube ich. Hatte. Aber das war der Gegenspieler. Haha. Ha, unhaltbar. Nein! Mann, ich will auch ein Tor schießen. Hast noch 10 Sekunden. Ja, wird sich nicht mehr ganz ausgehen. Oh, Gott, oh, Gott. Nein! Der war jetzt so gewollt. LOL! Nein! Alter. Gott! Was ist die geile Folge? Danke! Und damit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Jungs! Ciao! Tschüss!